Wir schauen nach Österreich zum nächsten Reiter. Der zwölfjährige Selpik unter dem Sattel vom Celestial mal Prinz Oldenburg und der Reiter aus Lamprechtshausen, Stefan Ida. Untertitelung des ZDF, 2020 Na, auch Stefan Ida hier mit einer starken Nullrunde. Selpik 54,2, sechs Sekunden schnell. Damit reitet er sich auf dem achten Platz ein. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020